hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hof bergmann mit dem tiger farm heute geht es um den mist und ich glaube die greckshäuser haben so entschieden genau wir haben noch ein 60.000 jetzt nicht mehr 60 6000 wir brauchen natürlich auch den ladewagen und einen schwader das kriegen wir aber alles gar nicht gekauft weil wir haben kein geld daher werden wir uns das alles mieten und jetzt erst mal die gewächshäuser befüllen mit welchen gedanken geld geld produktion im grunde wo ist jetzt die frage wie viele gewächshäuser wollen wir produzieren machen weil wir haben nicht so viel ist 23 also ich würde ich würde wasser einfach bei allen mal voll machen bei ein voll ja dann kippe ich überall ein bisschen mist rein so wie man es auf der alten hof bergmann auch hatten dass alle ein bisschen arbeiten weil ich bin immer noch der meinung dass das am besten ist ja was hat es eigentlich gegeben nichts gab keine rückmeldung nein leider nicht also 3167 mist haben wir schon etwas mehr als 2000 ja zu beginn der letzten aufnahme waren es 2000 ein bisschen da ist schon mal gut damit kriegt man schon die gewächshäuser zumindest ein bisschen an den start dass der letztes mal die felder gibt pflanzen schützt dann hoffe ich mal also mein gedanke ist wenn wir dann aus dem thema stimmt die schweine futter eine diesel produktion haben wir auch schon platziert deshalb haben wir so wenig geld wenn man den raps dann wieder da rein füllen und einen haufen schweine futter beziehungsweise diesel produzieren dann rollt der rubel wieder dann hat es angepflanzt ja hoffe ich doch wenn nicht haben wir einen großen fehl gemacht ja haben wir ja ja das war ja unser gedanke weshalb das überhaupt gemacht haben und dann müssen wir überlegen ob wir erst noch ein weiteres feld kaufen um mehr pflanzfläche zu haben oder ob wir uns eine sähmaschine kaufen andere andere maschinen noch kaufen die wir fehlen die wir brauchen suchen also es wäre dann natürlich auch eine info von euch wert erst weitere maschinen oder erst mehr land natürlich kostet die miete kostet halt im kamen in kamen in ich mache jetzt ein gewächshaus voll das andere mache ich jetzt den 3.000 m halten dann falle ich wieder runter das geht dann mache ich das halt immer so weiter dass man die per hand aufmachen ja ja zumindest das letztes mal so ich glaube die haben den trigger träger extrem verkleinert ja ja also ich komme manchmal fährt vorbei man kann nicht mehr rein man muss wirklich an den tank genau ran fahren da bin ich mal gespannt wenn ich gleich reinfahre so ich probiere wie viel haben wir acht stück 3200 durch 8 wäre 400 ich muss man ja komplett reinfahren ja warte trigger kommt jetzt extrem verkleinert wurde das wie kann ich ein bisschen stoppen mit ihm wieder oder damit wieder mit ihm ich mache mal hier das hat natürlich jetzt nicht geklappt hier sind jetzt gesundheit wir sind jetzt schon 800 drin kornschieber er macht kornschieber soll dessen zumindest für diese tätigkeit natürlich brauchen wir dann hier für diese ganze geschichte mit den gewächshäusern ein bisschen mehr feingefühl weil man muss eben akum aber der hier ist noch der stehe ich noch gar nicht drin da ist ja schon so 400 oder so 300 reicht auch ich will einfach alle ein bisschen befüllen die produktion startet also man braucht halt hier auch generell auf der karte einfach ein bisschen mehr geschick wie jetzt normal das ist ja gar nicht mehr so schlimm so eine kleine herausforderung nicht nur eine kleine so viel gewächshäuse sind voll also nicht voll angefüllt es dauert lange mit dem fast das fast hat nur 2000 8000 liter dann kannst du da hinten noch das andere fast dran machen ich kann es probieren aber dagegen läuft ja auch nur 2000 aber dann könnte ich zumindest gleichzeitig zwei gewächshäuser befüllen 4.000 liter denn da rein ich werde mich dann gleich noch ein bisschen um das gras kümmern was man schon geschnitten haben das sollte nichts mit dem kühlen ich glaube ich hatte damit milch transportiert aber dann müsste das dürfte nichts mehr drin sein das steht zumindestens mal im träger ja dann ist leer naja ich stelle es da immer ab damit man das nächstes mal direkt an der position hat also befüllt sich nicht auf ne auffüllen durch erst dann wenn ich los war musste mal überlegen ob du vielleicht auch da die taktik ein bisschen änderst es gibt ja natürlich immer jeder spielt ein bisschen anders manches ist beim einen sinnvoller manches beim anderen ich finde es halt in dem sinne gut wenn das fast leer ist weil dann könnte ich es auch nur für was anderes benutzen und es ist nicht blockiert dann fahre ich gleich zum händler durch ich koppel den anhänger abholen beim händler einen schwader und schwade mal das gras und fällt vier rum nö das geht nicht kann hängen andersrum geht es an den gator dran also an das gator anhänger geht uns warte mal ich kann ja mal probieren ob das andersrum geht ja das meine ich erst das gator und dann den alten schemel da sind in allen häusern ist jetzt ein bisschen was drin ich meine da hat auch eine kupplung ich meine aber dass es ging ich meine dass ich das schon gemacht hatte ja andersrum geht es ok dann ist er tut die andersrum geht es halt nicht ich stelle ich gerade das hängerchen hier wieder rein die schwierigkeit ist jetzt das wasser da war abgezapfen ja wahrscheinlich über macht er erst einen überladevorgang ich weiß nicht ich den lad über eine komm ich lasse den schwader einen hof liefern was soll denn das vielleicht wegen kaufen ja ich kann das so auffüllen So, nicht wundern, ich muss zwischendrin immer wieder mal einen Screenshot machen. Deshalb steige ich dann mal aus, gucke das Fahrzeug an und dann geht es weiter. Das geht mir oft, viel zu oft leider durch, dass ich einen Screenshot mache. Deshalb, wenn ich gerade dran denke, dann mache ich das einfach immer schnell. Ach toll, jetzt hat er den Trigger da beim zweiten Ding nicht genommen, jetzt wollen wir jetzt doppelt durch die Schiene fahren. Das ist, ähm, gut. Das muss man erstmal hinkriegen. Kann nicht mal mit Frontlader fahren. Jetzt hat er das ins andere Pass gefüllt. Ja, ja, das meine ich ja. Dass er das überlädt, weißt du. Aber jetzt kann ich das Vordere wieder aufwählen. Wenn das wenigstens geht, dann passt es ja. Wenn er das jetzt blockieren würde, wäre doof. Jetzt geht es. So Leute, kurzer Nachsatz zu gestern, wo ich ein bisschen Tigerfarm kritisiert habe. Das ist nicht böse gemeint. Wir haben das zwischen den Folgen nochmal kurz thematisiert. Sowas ist einfach eine Kritik, wo gut gemeint ist. Ich denke, Tigerfarm hat das auch nicht böse aufgefasst. Nö, nö. Und ich würde mir von einem anderen Spieler genau das gleiche auch wünschen. Oder von euch als Zuschauern, wenn ihr feststellt, ey, der ist aber komisch geworden, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare oder sagt es im Discord, wenn ihr da Connection zu mir habt. Ähm, damit ich auch dann wieder was verändern kann. Wenn ihr das alles einfach so hinnehmt und es wird immer schlechter sozusagen, dann haben wir alle nichts gewonnen. Nö. Deshalb. Nur so am Rande dazu zwei Sätze. Tschüss. Jetzt hat er aber wieder nicht alles aufgebläht. Ach, Alter. Es gibt mehr Probleme als nicht. Ja, das ist, steht jetzt, das hintere ist jetzt, glaube ich, bei 8.000. Glaube ich. Ja, vielleicht müsste sie einzeln auffüllen. Hab ich nicht. Ja, mach so. So, da kommt jetzt ein Baumstumpf. Ich hoffe mal, das steht nicht so sehr im Weg. Nee. Nee, das vordere ist voll, okay. Das hintere hat also 4.000. Ich glaube, das dauert nur länger, als dass es was bringt. Ja, muss nachher mal probieren, wenn du direkt alle einzeln auftankst. Was geht denn eigentlich rein in so ein Gewächshaus? Wie viel? 5.000. Doch, so viel. 5.000 Wasser. Für die kleinen Dinger ist so viel Wasser. Ja. Das ist beliebend. Ja, 12.000. Das ist so ein sehr komisches Gespann, aber... Na gut. Kannst auch die anderen erst mal nur ein bisschen befüllen. Musst ja nicht alle gleich vollballern. Oder wir kaufen uns halt ein größeres Fass. Ja, wir haben 4.888 Euro. Kauf mal. Ich kann da so ein Trick mit Höfen. Ja, aber das wäre ja dann... ...like Cheat. Ja, das ist dann... Man möchte ja doch hier ein bisschen was auch spielerisch erreichen. Sagen wir mal so, das ist eine Subventionierung. Was wir dann wieder zurückzahlen müssen. So könnte man das so machen. Ja, dann könnte man auch einfach einen Kredit aufnehmen. Oh, haben wir ja schon. 415.000. Ja, ich weiß. Wäre eigentlich Lappe, ne? Latte. Was wir machen davon. Ja, aber mit 12.000 Litern immer rumeiern. Ja, ich denke, das Gewächshaus, das wird jetzt eine Weile so heben. Der Mist wird ja vorher leer sein. Das ist jetzt zu Beginn. Ich denke wirklich, wenn der Raps gewachsen ist und wir den abernten und verkaufen, beziehungsweise Diesel- oder Schweinefutter produzieren, dann stehen wir finanziell wieder sehr gut da. Dann könnten wir auch zum Beispiel das Fass direkt ersetzen. Wobei, da brauchen wir ja dann das ganz große schon mit einem Dolly. Ja, oder wir kaufen uns dann halt einen LKW. Oder einen Fast Truck. Zumindest schnell transportieren. Ja. Oder irgendwas Schnelles. Ja, also das würde natürlich Sinn machen. Aber, da gibt es ein Sprichwort. Was das heißt? Ohne Moos, nichts los. Mhm. Aber wir sind ja auch erst am Anfang von dem neuen Spielstand hier. Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt? Zehnte Folge? Könnte sein. Könnte sein. Ähm, von dem her haben wir da noch ein bisschen Zeit und wir müssen halt auch ein bisschen Geduld haben. Dass natürlich nicht alles sofort funktioniert, ist ja auch klar. Was hab ich denn jetzt gedrückt? Ah, okay. Das ist doch... Wieso kann ich denn jetzt zum Beispiel nicht abladen? Da schenke ich mir eine Kupplung jetzt. So, da hab ich schon geschwadet. Ähm, zu Jürgen Rasex soll gesagt sein, der hat im Moment, oder Dark Rasex, der hat heute einfach keine Zeit gehabt für die Aufnahmesession. Kann sein, dass er morgen dann in der Aufnahme wieder mit dabei ist. Das werdet ihr dann morgen sehen. Aber, an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Like, Abo oder Kommentar? Am besten alles. Und, ich vergesse nicht, um 16 Uhr beim IP-Projekt vorbeischauen. Genau. Morgen wieder oder heute äh, gab's natürlich auch eine Folge. Klar. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao. Ciao.